So, kriegen wir nochmal schön D-Medaillen, also drei Stück immerhin. 448.000 Erfahrungspunkte, das lohnt sich doch. So,いうものだ. Margin Bulls Auferstehung セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた この静かな町の名はサタンシティ 事実はそうではないのだが 地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいたことから 町の名がそう解明されたのである ソン・ゴハンは16歳になっていた 住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが それだけではと母である父が サタンシティにある高校へ通わせることになったのである サタンシティでは無双した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く 登校中のゴハンが遭遇することもあった そんな時正義感の強いゴハンはスーパーサイヤ人に変身し 圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた そして強盗を退治したゴハンは 正体がばれないようにそそくさとその場を離れるのであった 人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び その正体について噂していた また金色の戦士と呼ばれるか それから7年生 高校生のゴハンは正義の味方? Das wird Videl noch ausfüllen wenn das ist. Na dann spute dich. So. Können wir noch irgendwo anders hin? Ich glaube eigentlich nicht. Nicht großartig. Na gut dann gehen wir zur Schule. Ach was. Zu spät kommst du nicht. Ne ne. Ein paar Stunden. Tja da bist er. Ich denke. 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 Aber wer das eine will, muss das andere mögen. Ne? Irgendwie. Alles klar. Baseball. Das kriegen wir schon hin zum Go an. Das Balls dich beirren. Am wichtigsten ist es, wann du zuschlägst. Na dann, wollen wir mal schauen. Ah Mist. Sehr gut getroffen. 22 Kilometer. Super. Schön weit geflogen. Ja, ich hab ihn getroffen. Ja, ich hab ihn getroffen. M-Magure ist ja, Magure. So, so da ja. Kamae war ein素er. Das war aber auch sehr viel zu tun. Dann gehen wir sofort an die Brümer-San. 怪isch. Was ist das denn, Niko? Das ist怪isch. Meinst du? Oh nochmal Erfahrungspunkte. Ah, Son Gohan ist Stufe 60 jetzt. Sehr gut. Und so begab sich Son Gohan nach der Schule in die westliche Hauptstadt, um die bei der Capsule Cooperation Halt zu machen. Ich muss mich über die Berufe sagen. Ich muss mich über die Berufe sagen. Hallo, Berufe. Ich habe ein bisschen über die Berufe, aber... Oh, Herr Gohan. Was ist das? Was ist das denn? Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Wo ist der Trunks? Ich bin sehr gut. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Tja, kannst du mal sehen. Na dann gehen wir mal zu Trunks und Vegeta. Tja, da müssen wir eigentlich auch mal rein. Warte, Son Gohan? Trainieren solltest du auch mal wieder. Genau, das kriegst du hin. Hau ihn mal blau. Ich bin sicher, dass ich ihn an den Begeetta. Ich bin sehr schön, dass ich auch Begeetta-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Ich bin sehr schön. Hallo, ich bin in der Runde. Ja, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut, dass ich mich nicht so gut machen kann. Ja, ja. Ich glaube, dass du mit Trunks geholfen hast, dass du mit Trunks geholfen hast. Ah, ich habe es schon bald, dass du mit Trunks geholfen hast. Wenn du mit Trunks geholfen hast, dann wird er sofort verletzt werden. Ah, das stimmt. Trunks, du hast du mit Trunks geholfen, dass du mit Trunks geholfen kannst. Ich hab's gesagt, dass ich einen Ballenballe schief. Hm. Wenn ich mich auch nicht so schief, dann geht's. Dann ist es so, dass ich mich nicht mehr schief. Wollen wir betten? So, dann schauen wir mal bei Bolmar. Nehmen wir erstmal hier was mit. Ein paar Ei? Oh, Premium-Eie sogar. Ich habe es gut gefunden. Ich habe es gut gefunden. Premium Eier nehmen wir gerne mit. Ja. Bist du hergekommen um mich zu besuchen? Nein. Dich nicht. Wo ist denn die Frau Professorin hier? Die Frau Doktor? Mit der wollte ich eigentlich auch noch sprechen. Hey. Na dann. Hoffe ich doch. Für dich jedenfalls. Ich habe es gut gemacht. Ich habe es gut gemacht. Ich habe es geschafft. Das ist gut. Ich habe es auch gemacht. Nein. Ich habe es auch gemacht. Waaah. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Was ist das? Vielen Dank, Frau Professorin. Ich habe es sofort gemacht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Sicher? Der Anzug sieht doch gut aus. Immer diese Ladebildschirme. Dass man so viel laden muss hier. Das nervt schon ein bisschen. Oh nein. Was soll's. Am nächsten Morgen. Dann. Ich gehe auf die Schule. und dann auch auf der Welt. Es SOg choose. Ich habe es richtig übrig. Ich werde attacks Hmmonten. Ja. Ich bin echt gut understand. Ja. Ok." Dieser steht weggeie. Wie sindsit? Wie ist esemsicht. Ja, zu einem Glück aber auch. Na dann machen wir das doch mal. Kleines Training gefällig. So, wo müssen wir hin? Patrouillieren durch die Straßen von Satan City. Na ja, das erste was wir machen ist auf jeden Fall erstmal Son Gohan hier, ne? Hier, Super Saiyajin, dann noch Killer Coop, Moral Boost nehmen wir auch noch mit, hier haben wir noch Kamehameha Stufe 3 nehmen wir natürlich auch noch mit, Super Drachenflug auch. Ok, Stufe 65, Stufe 65, Stufe 70 das hier, 70, 70. Ok, das haben wir ja dann zu langsam, da sind wir ja in die Richtung hin, 64, 70. Ok, dann hier nochmal gucken, da können wir auf jeden Fall was reinschmeißen noch, Killer Coop und Moral Boost. Nehmen wir Moral Boost. So. Sehr schön. Dann, ja schauen wir uns mal um, gibt es hier vielleicht noch Nebenquests? Ah, ich kann grad nicht zur Weltkarte. Oh, da müssen wir ja die Quests machen erstmal. Die Hauptquests. So. Meins. Gibt ja immerhin ein bisschen Erfahrungspunkte. Ob wenn es nicht viele sind, aber immerhin etwas. Sehr schön. So. Mensch, so viele wie wir jetzt weggeballern haben wir schon wieder. So. Auf nach Satan City. Asotine City. Ja, pari toんで行くと楽だな. Zeig. Pff. Tch. Sie haben nicht nur noch die Leute, wenn es die Leute sicher noch nicht bekäutige? Wir schauen mal wieder.